So meine Freunde, heute wird ein kurzes Video. Ich habe mir nämlich echt überlegt, ob ich dazu ein eigenes Video machen soll, aber irgendwie ist es halt ein abgeschlossenes Thema. Und zwar, wie erstelle ich jetzt irgendwelche Sachen, die eine Relation haben? Also nochmal ganz kurz, wir haben User. Jeder User hat viele Posts und ein Post gehört zu einem User. Das sieht in der Datenbank folgendermaßen aus. Wir haben User mit ID, Username, Birthday Level, Created, Add und Updated. Nichts für die Posts, da ist gar nichts dabei. Und auf der anderen Seite haben wir die Posts und die haben eine Referenz, ich habe hier mal einen Beispielpost für euch erstellt, die haben eine Referenz auf einen User, zum Beispiel UserID1. In dem Fall wäre das Peter, der den Post MyTitle geschrieben hat. So, und wenn ich jetzt natürlich am Ende ein Array haben möchte mit allen Posts in meinem User-Objekt, dann kann ich das natürlich einfach durch eine SQL-Abfrage regeln. Kümmert uns nicht, weil wir SQLize benutzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das machen? Wie kann ich hier auslesen, oder wie kann ich schreiben, dass Peter etwas erstellt hat? Wie kann ich Peter hier dieses Ding schreiben lassen? Und das machen wir einmal ganz kurz. Ich erstelle kurz die Datenbanken neu und führe das hier mal nochmal neu aus. Dann sehen wir, dass da auch wirklich nichts drin ist, damit ihr mir auch glaubt. Und hier drin sagen wir jetzt ganz einfach, ja gut, wen wollen wir das Ganze schreiben lassen? Lasst uns doch mal Hans das Ganze schreiben. U2. Und jetzt gibt es hier eine neue Funktion für euch, weil ihr diese Relation hier gebaut habt mit diesem Post belongs to User has many. Denn jeder User hat jetzt die Fähigkeit im Endeffekt, neue Posts zu bauen. Das heißt, wir können hier einfach schreiben, createPost auf unserem U2. Ja, das ist jetzt eine neue Methode, die wirklich genau dazu da ist. Und die heißt auch so, wie eure Klasse heißt. Also createPost, erstellt euch einen Post. Und dementsprechend haben wir hier die Möglichkeit, einen Post zu machen, mit den ganz normalen Daten, die wir hier oben auch angegeben haben. Das heißt, jeder Post, das wissen wir ja, hat einen Title und einen Text. Das kopieren wir uns jetzt einfach mal hier rein. Title und Text, naja gut, Title soll sein Hallo Welt und Text mein erster Post. So, und wenn ich jetzt das ausführe, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass der User 2 vorher existiert, ist klar. Aber wenn wir das ausführen, dann bekommen wir direkt in der Datenbank hier drin einen neuen Post, den Hans geschrieben hat. Also User mit der ID 2. Und zwar Hallo Welt, mein erster Post und createdAd und updatedAd sind natürlich einfach so erstellt worden für uns. Das ist relativ simpel. Jetzt schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was passiert, wenn wir hier das hier starten. Und wir lassen es nochmal kurz laufen. Wir loggen hier den U2 in unserer Datenbank, beziehungsweise hier unten. Dann sehen wir hier erstmal, ach natürlich, klar. So, wir gehen jetzt also nochmal ganz kurz hier zurück in die App.js und ignorieren mal alles, was hier ausgegeben wird. Und hier drunter sagen wir einfach nochmal Users.findAll. Und diese Users.findAll, wie wir es hier oben schon hatten, ich meine im Endeffekt geht die Funktion bis hier runter, die wollen wir einfach nur hier loggen. Okay, wir machen hier oben drüber nochmal ein Console.log und sagen hier einfach mal Striche dazwischen, damit wir erkennen können, was was ist. Und hier loggen wir einfach mal alle User. Ganz kurz. Oh, ähm, ich meine natürlich hier ohne das S. So, und hier sehen wir jetzt, wenn wir das haben. Ähm, genau hier. Sehen wir wunderbar, dass eigentlich alles, was wir hier gemacht haben, nicht wirklich einen Einfluss auf die User gehabt hat. Wir haben immer noch genau alles gleich hier drin stehen. Ja, wir haben immer noch die ID, wir haben immer noch das Level. Die User sind also überhaupt nicht verändert worden. Nur die Posts haben sich verändert. Und das hat vor allem den Grund, dass ihr sowas dann auch leichter ergänzen könnt. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel meiner Datenbank noch mehr Medien einbringen. Nicht nur Posts, sondern vielleicht auch Videos. Nicht nur Videos und Posts, sondern vielleicht auch noch irgendwann Bilder, die ich hochladen kann. All diese Themen, ähm, kann ich hochladen, kann ich verwalten. Aber die User bleiben gleich. Ich muss meine Datenbank der User nicht verändern. Denn genau das ist ja die Schwachstelle oder das Problem der SQL-Datenbanken. Sie sind absolut starr. Wenn ich jetzt hier ein neues Ding drin habe, dann muss dieser Wert auch wirklich da sein. Wenn ich jetzt hier einbaue, Liste von Posts oder einfach nur irgendwas in meine Datenbank einbaue, dann muss das halt auch da sein. Was auch nicht automatisch funktioniert, ist im Endeffekt, wenn ich hier sage, ey, ich möchte das irgendwie in ein Array oder sowas eingießen, ähm, was mir automatisch geladen wird, ein Array an allen Posts, die ich verfasst habe, ähm, auch das ist leider noch nicht möglich. Das müsst ihr tatsächlich noch mehr oder weniger selbst machen, die mir zum Beispiel dann einfach sagt, ähm, es gibt hierfür auch eine Möglichkeit. Also quasi, wenn ihr sagen wollt, hey, ich möchte, also grundsätzlich erstmal nochmal kurz zum Reinkommen, ja, ähm, oder zum Verstehen. Wir haben ja in User hier keine Liste an Posts drin. Das existiert da einfach nicht. Wir haben hier kein Array, das uns sagt, hey, das ist jetzt hier drin. Aber was wir trotzdem machen können, ist, wir können das in JSON verarbeiten. Und ja, das ist dann so ein bisschen eine Variante, die ihr auf jeden Fall noch verarbeiten müsst. Aber ich meine, JSON-Objekte sind ja grundsätzlich angenehm zu benutzen, oder? JSON oder generell JavaScript-Objekte sind ja sehr, 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 sehr userfreundlich, sage ich jetzt mal. Und deswegen habt ihr hier die Möglichkeit unter den Options, und das ist der letzte Lifehack, den ich euch hier unbedingt mitgeben möchte, den ihr definitiv kennen solltet, include Doppelpunkt und dann alles, was damit irgendwie verknüpft ist. Und das heißt zum Beispiel include Post. Und das nennt sich Eager Loading, ja, weil ihr das Ganze eager machen wollt. Ihr wollt das freiwillig machen. Ihr wollt im Vorfeld schon alles mitladen, was da so ist, und wollt nicht fünf Anfragen nacheinander schicken und dann selber zusammenpusteln. Ihr wollt von Anfang an sagen, gib mir alles. Gib mir, gib mir das volle Paket. Und wenn ich das jetzt hier neu lade, übrigens, ich habe das hier unten wieder auskommentiert, damit es uns nicht jedes Mal alles neu erstellt. Wenn wir das neu laden, dann sehen wir hier, die Datenbankabfrage ist echt lang geworden. Ja, wir haben erstmal das hier, und dann haben wir den Teil hier mit, ja, wirklich vier. Und was dabei rauskommt, ist hier folgendes. User Doppelpunkt, also das ist unsere, Moment, ist das unsere Ausgabe? Doch, das ist unsere Ausgabe. User Doppelpunkt, ID 1, ist klar. Ja, Username Peter, Birthday Duster, Level Duster, Created Add, Updated Add und Posts. Peter hat allerdings noch keine Posts geschrieben. Also von dem her, Peters Posts sind leer. Wer allerdings Posts geschrieben hat, das ist Hans. Da haben wir ID 2, Username Hans, Birthday Level, Created Add und Posts. Und Posts ist wiederum eine Liste. Das heißt, in unserem JSON-Objekt ist hier eine Liste drin, die hier eben genau das macht. ID 1, Title, Hallo Welt, Text, mein erster Post, Created Add, Updated Add und User ID. Also, die User ID von Hans in dem Fall. Und dieses JSON-Objekt, das kann man so wundervoll bei einer API zurückgeben. Das ist quasi eins zu eins das, was ihr braucht. So, ich fasse jetzt das Ganze hier nochmal ganz kurz zusammen. Ja, ihr könnt relativ easy Objekte als Klassen erstellen. Ich meine, das sind wirklich ein paar Zeilen und denen sagen, wie die aussehen. Ihr könnt die dann miteinander verknüpfen, sodass sie in der Datenbank relativ lose miteinander verknüpft sind. Aber ORM, sprich in unserem Fall SQLize, handelt das alles für euch. Wenn ihr das jetzt hier zurückgebt, dann könnte ich ja einfach sagen, ihr wollt die alle miteinander verknüpfen und könnt das dann als riesen Mega-Objekt an euer Frontend zum Beispiel zurückgeben. Und euer Frontend bekommt hier ein gigantisches JSON-Objekt, im Zweifelsfall, wenn ihr wirklich das wollt und wenn ihr das euch leisten könnt von der Laufzeit her, das erstmal alle Daten des Users im Frontend speichert. Und im Frontend könnt ihr das dann eintragen, könnt ihr das dann verarbeiten und so weiter und so fort. Das ist eine sehr einfache Art und Weise und sehr schnelle Art und Weise, um dann am Ende auch wirklich zum Code zu kommen. Hier unten, das kann man ja alles ersetzen. Hier würde ich euch grundsätzlich immer nur Express empfehlen und das hier halt mit Node sozusagen außenrum bauen. Also ich meine, den Teil braucht ihr ja nicht. Dazu habt ihr ja Express. Das heißt, Express einfach für eure API benutzen und dann habt ihr hier ein Node, was euch eine Datenbankverbindung mit SQLize super einfach aufbaut und am Ende hier das Ganze als Strings wunderbar als API zurückgibt. Und dann habt ihr wirklich ein rundes Gesamtkonzept und könnt hier sehr unkompliziert und schnell eine API aufbauen, die euch im Frontend wirklich das Leben rettet. Und das Tolle ist, diese API ist natürlich jetzt auch so gemacht, dass man die relativ leicht ansprechen kann und natürlich auch erweitern kann. Und das Frontend, das kann jemand völlig anders entwickeln, der vielleicht Frontend-Developer ist und ihr liefert einfach nur das Backend. Ihr müsst euch ausschließlich darüber absprechen, wie sehen eigentlich meine Models aus? Welche Informationen kriege ich über meinen User? Welche Informationen kriege ich über meinen Post? Da müsst ihr euch einig sein, das muss gleich aussehen. Aber wenn man das tut, dann ist das zumindest mal echt sehr wenig aufwendig. In dem Fall hoffe ich, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.